Ihr sitzt an einer Hausarbeit und wollt gerade nach passender wissenschaftlicher Literatur recherchieren? Eine Liste mit passenden Suchbegriffen habt ihr schon. Für ein breites und effizientes Treffergebnis in der Literaturrecherche ist es nun wichtig, diese Suchbegriffe effektiv einzusetzen. Stellt euch vor, ihr seid auf einem Angelausflug. An eurer Angel hängt ein Köder, um die großen Fische zu angeln. Übertragen auf die Recherche bedeutet das, dass wir für unsere wissenschaftliche Arbeit nach guter wissenschaftlicher Literatur angeln wollen. Der See ist nämlich voller Literatur und Quellen, die wir mit dem richtigen Einsatz von Suchbegriffen strategisch angeln können. Hierbei werden mit einem Köder mehrere Fische geangelt. Das bedeutet, mit einem Suchbegriff finden wir mehrere Treffer. Jeder Fisch steht für den Wortstamm und die jeweilige Endung. Stellt euch vor, an eurer Angel hängt der Köder Datensternchen. Das hier am Wortstamm eingesetzte Sternchen wird Druckierungszeichen genannt. Dieses Zeichen, das bei manchen Suchtools auch ein Fragezeichen sein kann, ermöglicht uns eine Wortstammsuche. Wenn wir unseren Köder Datensternchen ins Wasser werfen, werden all die Fische des Sees angelockt, die diesen Wortstamm Daten besitzen. Es wird also nach dem Wortstamm mit verschiedenen Endungen gesucht, also nach den Begriffen Datenverarbeitung, Datenmanagement, Datenvisualisierung. Mit einem Angelauswurf, sprich Suchauftrag mit Wortstamm plus Trunkierungszeichen kann gleichzeitig nach mehreren Wortendungen gesucht werden. Das bietet sich auch oft sehr gut an, um gleichzeitig nach einer Pluralform zu recherchieren. Dadurch ergibt sich dann eine größere Treffermenge. Mit dem Wortstamm und dem Trunkierungszeichen kann also effizienter recherchiert werden. Genau umgekehrt fällt es sich mit der sogenannten Phrasensuche. Damit werfen wir den Köder nur für ganz bestimmte Fische aus. Wenn wir ein Wort oder mehrere Wörter zwischen Anführungszeichen setzen, wird dieses Wort oder diese Phrase genau in dieser Form gesucht. Eine andere Reihenfolge oder einzelne Wörter innerhalb der Phrase werden nicht gefunden. So könnt ihr eure Suche eingrenzen. Ihr bekommt also im Gegensatz zur Trunkierung eine kleinere, aber genauere Treffermenge. Mit der Trunkierung und der Phrasensuche habt ihr also einfache Werkzeuge zur Hand, mit denen ihr eure Suchbegriffe optimieren könnt. Viel Spaß beim ausprobieren.